Wir sind jetzt mit Karin Miosga in Kiew verbunden, von wo die Tagesthemen heute live senden. In welcher Stimmung, Karin, kann man die Stadt heute erleben? Susanne, doch in merklicher Anspannung. Die Massenveranstaltungen wurden abgesagt, das haben wir schon gehört. Die Regierung hat die Menschen aufgefordert, bei Alarm in die Luftschutzbunker zu gehen. So wie es scheint, nehmen die Leute das auch ernst. Viele haben die Stadt auch verlassen. Und es ist auch so, dass wir hier vermehrt Luftalarm gehört haben heute. Doch wie wir hören, sind alle Raketen, die rund um Kiew niedergehen sollten, abgefangen worden. Ganz anders allerdings im Osten und auch ungewöhnlicherweise in der Westukraine. Wir haben heute gehört, Deutschland hat weitere Waffenlieferungen angekündigt. Hilft das den deutsch-ukrainischen Beziehungen? Ja, das ist hier mit Wohlwollen aufgenommen worden, dass mehr Waffen geliefert werden sollen aus Deutschland. Aber natürlich hat sowohl der Verteidigungsminister als auch der Außenminister Kulewa bei mir im Gespräch gesagt, das reiche noch nicht. Und wenn man natürlich auch wahrnimmt, dass in Deutschland die Diskussionen mittlerweile anders laufen und dass sich die Menschen viel mehr für die steigenden Gaspreise interessieren, als für den nunmehr sechs Monate während dem Krieg. Appelliert der Außenminister, wisst ihr was, kümmert euch mehr um uns. Denn euch geht es nur um den Komfort, bei uns geht es ums Überleben. Dankeschön, Karin. Das ganze Interview kann man heute Abend sehen bei den Tagesthemen live aus Kiew.